Einen wunderschönen guten Morgen meine Freunde. Entschuldigt das abrupte Ende gestern beim Vlog, aber ich war irgendwie so kaputt und so müde und hatte da noch wirklich keine wirkliche Lust mehr irgendwie noch groß was zu erzählen oder noch irgendwas zu filmen. Deswegen gab es gestern so ein abruptes Ende im Vlog, aber es war gestern eh sehr sehr wenig am Tag, was wir so gemacht haben, was ich euch hätte zeigen können. Außer halt eben Sport und da war ich relativ stolz und hab mich total gefreut, dass ich gestern das erste Mal 41 Minuten geschafft habe. Und schaut mal. Wir haben heute wunderschönes Wetter. Oh, herrlich. Die Sonne scheint, schau ich das an. Da ist die Sonne. Wir haben es jetzt kurz vor 10 am Morgen und es ist schon richtig schön warm, richtig angenehm von der Temperatur, muss ich sagen. Und das macht mich gerade richtig glücklich. Wir gehen auf jeden Fall nachher an den Strand. Jetzt erst mal ein bisschen wach werden. Vielleicht schon mal ein bisschen in die Sonne legen, weil ey, ich bin so weiß. Ja, ich bin so weiß, weil ich in Deutschland gefühlt nie rausgehe und immer nur daheim bin. Videos drehe, irgendwas zocke oder es mir gemütlich mache. Ich weiß nicht, ich gehe einfach nicht so gerne raus in Deutschland. Weil, also zumindest im Sommer nicht, sagen wir es mal so. Ich gehe schon gerne raus in Deutschland, aber im Sommer irgendwie nicht so, weil es ist einfach immer so heiß und da weiß ich nie so recht, was ich machen soll. Dann kriege ich immer die Krise. Und wenn du halt in der Stadt lebst, ist es halt irgendwie noch schlimmer. Will ich jetzt auf dem Land leben? Okay, gut. Aber in der Stadt ist es halt immer so drückend, alles gleich im Sommer. Deswegen, Sommer ist nicht so mein Favorite in Deutschland. Also hier gehe ich zum Beispiel, bin ich gefühlt nur draußen. Ich liebe das einfach so sehr. Aber das ist einfach so das Ding in Deutschland. Ich weiß nicht, so besonders wenn du in der Stadt lebst im Sommer, das ist alles voll mit Menschen. Das regt mich immer auf. Mich nerven so viele Menschenmassen. Und dann ist es irgendwie so ultra drückend und heiß und überall Lärm und Autos und I don't know, man. Ich bin einfach nicht für dieses Stadtleben gemacht, bin ich immer so der Meinung. Ich liebe es so, in Großstädte zu fliegen, ja. Nach Großstädten zu fliegen oder zu Großstädten zu fliegen. So, keine Ahnung, L.A. oder New York und so. Das fand ich alles so geil. Aber so diese deutschen Städte, ich weiß es nicht. Ich werde damit einfach nicht warm. Aber es wurde einfach Zeit, Deutschland zu verlassen. Ich sag euch, wie es ist. Ich werde da nicht glücklich. Nichtsdestotrotz, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und einen wunderschönen guten Morgen. Weil ich werde ja diese Vlogs jetzt wahrscheinlich immer morgens hochladen. Oder habe sie wahrscheinlich bis jetzt immer hochgeladen am Morgen. Ich bin noch ein bisschen müde, ein bisschen verpennt, ein bisschen verknautscht. Aber ich bin erst seit 10 Minuten wach oder so. Also, in dem Sinne, viel Spaß beim heutigen Video. Wir machen uns heute wieder ganz gemütlich. Mal schauen, was heute so geht. Wie gesagt, nachher gehen wir an den Strand. Seid ihr natürlich auch dabei. Ich freue mich voll, weil ich war jetzt noch gar nicht am Strand, seitdem wir hier sind. So am Meer und an den Felsen schon. Noch nicht am Strand. Und dann mal schauen, was heute so geht. Ich weiß auch gar nicht, was ich sportlich heute so machen möchte. Weil ihr wisst ja jeden Tag irgendeine sportliche Aktivität. Ich weiß noch nicht genau, was es heute wird. Weil ich habe übelst die... Also nicht übelst, aber ich spüre es richtig in den Beinen, besonders an den Gelenken vom Laufen. Weswegen ich vielleicht heute eher was... Ja, eher so ein Workout oder so mache. Na, wir werden es sehen. Mal gucken. 2.000 Jahre später. Okay. 10.17 Uhr. Ich habe jetzt doch tatsächlich beschlossen, jetzt mein Workout zu machen. Weil wenn die ganzen Tage heute die Sonne scheint, dann wird es heute wahrscheinlich noch sehr warm. Weswegen wir jetzt das Workout machen und danach geht es an den Strand. Ziel ist es, 200 Liegestützen zu schaffen. Ich hoffe, ich kriege es hin. Ich bin guter Dinge. Das ist das Ziel. Die 200 muss auf dem Handy stehen und dann darf ich an den Strand. Deswegen, wir legen los. 200 Liegestützen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne mitmachen. Ich werde aber wahrscheinlich wieder einen Zeitraffer machen, aber ihr könnt ihr einfach auch jetzt, während ihr das Video macht, einfach pausieren. Auch ein Workout oder irgendeine sportliche Aktivität machen. Und dann sehen wir uns, wenn wir alle unser Workout irgendwie gemacht und erreicht haben. Wäre doch eigentlich auch ganz witzig. Also, wir legen los mit meiner komplett versifften Badehose. Die ist einfach voll mit Creme und keine Ahnung, was das alles ist. Ist egal. Ist egal. Wir legen los. Ich habe Bock. In dem Sinne, Let's go. Let's go. Und es soll so ein bisschen wie beim Crossfit sein, weil da geht es ja wirklich um die Zahl, die du schaffst. Und genau das versuche ich jetzt auch. Also, es geht jetzt hier nicht um die saubersten Wiederholungen, sondern in der kürzesten Zeit die meisten Wiederholungen. Ja, natürlich Ausführungen super wichtig. Müsst ihr auch definitiv drauf achten. Nur, wenn man da so ein bisschen ein bisschen schlampige Ausführungen hat. Ist auch nicht so schlimm, weil ich will da 200 erreichen. Und das habe ich halt vom Crossfit von damals. Da geht es einfach wirklich darum, so sauber wie möglich die Zahl der Wiederholungen zu schaffen, die man sich als Ziel gesetzt hat. Deswegen, falls jetzt die ein oder andere Wiederholung nicht die sauberste ist, das ist auch nicht so schlimm. Wir machen jetzt 200. Weiter geht's. Ja. 100 haben wir. Hälfte ist durch. Nochmal 100. Let's go. Ich versuche auch so ein bisschen die Liegestützen so auszuführen, dass sie mir auf die Brust gehen. Das heißt, ich strecke meine Arme nicht komplett durch. Sondern gehe eher so bis hier. Wenn du halt diesen Radius hier hast, dann geht es viel mehr auf die Brust. Wenn du aber komplett durchstreckst, dann fährst du noch ein bisschen mehr Trizepsanteil mit. Und ich versuche halt ein bisschen mehr auf die Brust zu gehen. Deswegen drücke ich die Arme bei den ersten Wiederholungen nicht ganz durch. Und bei den letzten drücke ich sie mal ganz durch, damit ich dann doch noch ein bisschen Trizepsanteil habe. So, 80 to go. Let's go. Geht man's? 200. Yes. So. Strand verdient. Ich bin mir jetzt fertig. Muss mich eincremen. 200 Liegestützen. Ist dann durch für heute. Und jetzt klemme ich mich an. Und dann geht's an den Strand. Bis gleich. Die Brust ist schön rot. So will ich das. Und so brauche ich das. Ich muss mich noch ganz schnell rasieren. Also nur kurz hier ein bisschen schön machen. Und dann geht's an den Strand. Oh, herrlich. Einfach herrlich. Der Strand war herrlich. Jetzt gibt's was zu essen. Und zwar haben wir noch Reste von gestern. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. Da freue ich mich. Das ist Pute, Chicken, Paprika. Jetzt fällt mir das. Kartoffeln und Auberginen ist noch irgendwo drin. Super lecker. Perfektes Sommeressen. Oh, da freue ich mich jetzt. Und auch schön clean. Wisst ihr, das ist echt schön gesund. Und schmeckt einfach nur super lecker. Das gönne ich mir jetzt. Und dann wird ein bisschen Siesta gemacht. Bisschen auf dem Sofa chillen. Bisschen was zocken. Und dann vielleicht später noch ein bisschen im Pool. Sonne genießen. Heute ist ein echt schöner Tag. Ach ja. Dieser kleine Kollege fühlt sich einfach so wohl an meiner Hand. Ich wollte ihn gerade eben so ein bisschen wegtun, weil er hier die ganze halbe der Treppe gechillt hat und ich hatte Angst, dass wir da drauf treten. Und jetzt hat er sich da einfach an meine Hand währenddessen gechillt. Boah, die Kamera ist voll dreckig. Man sieht irgendwie nicht richtig. Oh nee. Das ist so eine Miese. Gibt's besser? Nö. Okay, keine Ahnung. Irgendwie ist die Kamera gerade verschmiert oder so. Da ist er. Er wohnt hier halt gerne bei uns, aber ich glaube halt, dass es draußen besser für ihn ist. Gell? Kleiner Kollege. Schau mal. Guck mal, chill dich mal hier so hin. Er ist so süß. Oh mein Gott, er ist so süß. Kleiner Drache. Guck mal. Schau mal hier. Ja. Aber jetzt nicht wieder reinkommen. Gell? Kollege Schnürschuh. Jetzt nicht wieder reinkommen. Jetzt. Ich konnte die Kamera jetzt endlich mal saubern. Okay. Oh, aber da ist auch gefährlich. Weil nicht, dass wir dich da aus gesehen einklemmen. Ja. Guck mal, wenn ich jetzt nämlich das hier so ein bisschen bewege. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ah, da. Da sitzt er. Ist aber auch blöd, weil wenn wir jetzt das hier zumachen, das Fenster, dann klemmen wir ihn ein. Bruder, du musst ein bisschen weg hier. Ich weiß, dass es cozy ist in diesen Ecken. Aber du musst einen Ticken vor. So ein bisschen. Ja, genau. Mal schauen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich habe nur Angst, ihn einzuklemmen, aber ich glaube, jetzt ist das... ach, da ist er. Schaut mal. Wie er da linst. Oh, ich liebe Tiere. Okay, guck mal, wenn wir das jetzt systematisch... Aber jetzt ist er ja dann wieder bei uns drin. Na, egal. Guck mal, wenn ich jetzt hier ganz vorsichtig hier zumache. So. Oh. So. Okay. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir das hinbekommen. Jetzt mache ich hier zu, damit er nicht wieder reinkommt. Weil er ist schon seit zwei Tagen bei uns hier drin und ich habe ein bisschen Angst, dass er hier kein Fressen kriegt. Also, dass er hier nichts findet. Versteht ihr? Deswegen. Ja. Aber ich glaube, jetzt ist er safe erstmal. Jetzt ist er halt draußen in der Natur, aber ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Ja, guck mal, das Fenster ist offen. Vielleicht kommt er auch wieder rein. Also, wenn er wieder zu uns will, dann wird er wieder reinfinden, sagen wir es so. Aber ich denke, so ist es besser. Weil der ist halt abends immer hier irgendwo und da muss man voll aufpassen. Aber ich glaube, draußen würde er sich wohler fühlen. Da findet er vielleicht auch zu seiner Familie. Schaut mal, wie schön es ist. Die Sonne geht gerade unter. Oh, es ist herrlich. Sonne geht unter. Und, äh, ich werde jetzt hier chillen und grillen. Das Feuer vorbereiten. Das ist noch die Kohle vom letzten Mal. Die muss ich jetzt noch ein bisschen kurz rausschaben. Und dann wird hier gleich richtig geil gegrillt zu dem schönen Sonnenuntergang. Ach, ist das herrlich. Guckt mal, wie die da so durchscheint, die Sonne. Durch den Olivenbaum. Schee. Also es ist so witzig, er ist einfach, er ist einfach wieder zurückgekommen. Er ist einfach wieder hier. Wir haben es jetzt 21.44 Uhr. Ich habe ihn heute Nachmittag habe ich ihn doch raus und habe ja gesagt, wir lassen das hier mal offen, falls er möchte. Kann er jederzeit wieder reinkommen. Ja, und seht mal da, da kommst du hier so die Trette runter und dann ist er einfach da. Wir haben gerade richtig geil gegrillt gehabt, also vorhin. Und jetzt habe ich gerade eben, Moment, festgestellt, dass ich es heute nicht ganz geschafft habe, alle drei Ziele zu erreichen. Also den Kalorienverbrauch habe ich nicht ganz erreicht, den ich heute wollte. Immerhin ist das Training erledigt. Die Stehstunden habe ich heute auch nicht ganz geschafft. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin mir zu 95, nein, 99 Prozent sicher, nicht zu 95, zu 99 Prozent sicher, dass ich die Kalorien und das Stehziel heute erreicht hätte, weil ich habe gefühlt, die Hälfte vom Tag die Apple Watch nicht getragen. Also stellen wir uns einfach vor, dass ich die Ziele höchstwahrscheinlich alle erreicht habe. Der Grund dafür ist einfach, dass ich die Apple Watch halt nicht getragen habe. Als wir am Strand waren, auch später, als wir hier gechillt haben und so, ich habe die erst heute Abend wieder dran gemacht. Also bin mir ziemlich sicher, dass ich diese 103 Kalorien, äh, 203 Kalorien Easy noch verbrannt habe im Laufe des Tages und die Stehstunden sowieso. Also von dem her habe ich das wahrscheinlich eh alles erreicht. Es ist halt bloß nicht getrackt worden. Das ist der Unterschied. Ja, jetzt schaue ich einen Horrorfilm, der nennt sich Night Swim. Ich habe keine Ahnung, was es da geht, um irgendeinen Pool, der verflucht ist. Bin mal gespannt. Meine Freundin liegt schon unten im Bett, aber ich wollte noch ein bisschen hier oben chillen und noch was anschauen. Ei, 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 ei. Irgendwas ist in diesem Pool auf jeden Fall. Und jetzt gibt es gleich noch einen kleinen Snack. Der letzte Snack des Abends. Und zwar was Süßes, aber was Gesundes, Süßes. Ich mache so eine kleine Joghurt Bowl. Oh nein, die Hausschuhe ist das letzte, was übrig gelieben ist. Zeige ich euch gleich. Ein bisschen, also eher ähnlich so wie die Frühstücks Bowl, die ich mir mal gemacht habe. Die gibt es jetzt gleich noch und die zeige ich euch jetzt. Ihr wisst ja inzwischen, wie es abläuft. Die Bowl, da ist wieder drin Zartbitterschokolade, 85-prozentige. Also wenn ich höhere finde, würde ich sogar noch eine höhere nehmen. Dann haben wir wieder Nektarine, Blueberries, griechischer Joghurt und jetzt ganz wichtig natürlich ein bisschen Honig. Jawohl. So. Und dann schön vermischen. Und dann ist das ein richtig geiler abendlicher Snack, der halt auch tatsächlich gesund ist. Das ist natürlich das Wichtige, weil ich versuche ja auch, so wenig Zucker wie möglich zu mir zu nehmen in dieser Zeit, wo wir jetzt hier diese Challenge machen. Und da muss man natürlich abends trotzdem irgendwie so ein bisschen auf seinen, naja, wie sagt man, auf seinen Heißhunger kommen, wenn man abends dann Bock hat, irgendwie was Süßes zu essen. Und das ist halt eine super Sache. Einfach ein bisschen Honig, ein paar Früchte, ein bisschen Zartbitterschokolade und Joghurt. Ohne Scheiß. Schmeckt so gut. Das ist so super lecker. Vor allem durch diese Zartbitterschokolade habt ihr halt trotzdem was Schokoladiges. Und ihr wisst ja, umso kakaohaltiger, umso besser natürlich Antioxidantien und so weiter habe ich euch ja schon mal erklärt, warum die gerade so gut ist. Auch wenn man immer denkt, Schokolade ist nicht gut. Zartbitterschokolade mit einem hohen Kakaoanteil ist tatsächlich echt gut. Ja, ist wirklich sehr gut für den Körper. Deswegen kann man sich das sehr, sehr gerne mal gönnen. Das ist jetzt der letzte Snack für heute Abend. Achso, ich habe euch gar nicht gesagt, was ich vorher gegrillt habe. Es gab so Spieße. Ich blende euch hier einfach kurz ein Foto ein. Habe ich irgendwie vergessen zu filmen. Wir haben so Spieße gegessen. So Chickenspieße oder Putenspieße waren das mit Spargel, Pilze, so ein paar Würstchen, so Putenwürste. War alles sehr, sehr lecker. Das haben wir vorher noch gegessen. Und ja, jetzt gibt es hier die finalen Snack. Meine Freundin hat diese Kinderschokobons gesnackt. Muss ich morgen auch mal probieren. Das ist Kinderschokobon White. Kenne ich gar nicht. Muss ich morgen auch mal probieren. Aber das ist das jetzt für heute Abend. Und in dem Sinne würde ich sagen, es geht jetzt gleich ins Bett, nachdem der Film fertig ist. Ich esse jetzt währenddessen diesen Snack. Ich gebe euch nachher noch kurz ein Fazit zum Film. Mal gucken, wie der war. Weil ich bin erst mittendrin. Nachher gibt es noch ein Fazit. Also beziehungsweise bei euch jetzt gleich im nächsten Schnitt. Also ich bin kurz davor einzuschlafen. Dementsprechend ist es auch der Film. I don't know. Das ist irgendwie komisch. Es ist halt ein Pool, der halt so verflucht ist und da sind so Geister drin. Und der Pool macht dich auch verrückt und ist irgendwie unendlich. Also du gehst in den Pool rein und es ist einfach so unendlich tief. Und irgendwie kannst du da 100 Jahre lang die Luft anhalten, gefühlt, was ich irgendwie nicht so ganz verstehen kann. Und der Vater ist irgendwie total crazy geworden, weil der war krank. Der konnte auch kaum laufen und so ist dann in diesen Pool reingefallen und von Mal zu Mal ging es ihm immer besser, immer besser, immer besser. Und dass er halt jetzt so besessen ist, dass er immer in diesen Pool rein will. Aber da drin ist das ja, das ist halt einfach ein verfluchter Pool. Ja, darum geht es in dem Film. Naja, weiß er nicht so recht. Weiß er nicht so recht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, wenn er zu Ende ist, da kommt der Vater. Der ist cursed. Schau, wie er aussieht. Wo ist er? Komm, zeig dich, du Miese. Schau, der ist voll krass. Alter, der Bürger. Ja, und er wird jetzt halt voll crazy. Ja, der ist halt voll besessen von diesem Pool. Naja, mal gucken, wie es endet. Also, ich sag's euch ehrlich, das Ding war ne Miese, gell? Also, das war, na, na ja, na ja. Ich würde sagen, so ne, so ne 2 von 5. Nein, ne 1,5 von 5. Oh, ne 2 von 5. Das ist schwierig zu sagen. Ich würde gerne 2 von 5 geben, weil es mal was Neues war. Ja, komm, wir machen 2 von 5. 2 von 5, ich blende es hier einmal kurz ein, weil ich bin noch bei Leatherbox, diese App, die benutze ich immer total gerne für meine Filmreviews und so weiter, wenn ich Filme bewerte oder auch für meine Watchlist. 2 von 5. Ja, dabei bleibt's.